durchgehalten haben. Ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Im Folgenden nun ein paar saugstarke Tipps, was Sie in Zukunft währenddessen machen können, um die Zeit sinnvoll zu überbrücken. 1. Ein Tiefkühlbaguette in den Ofen schieben. 2. Eure Mama auf WhatsApp fragen, wie es ihr geht. 3. Geschirr in die Spülmaschine einlegen. 4. Mir fällt nichts mehr ein. Unsere heutigen Gäste sind all das, was wir nicht sind. Jung, erfolgreich auf Twitch und echte Freunde. Heute testen wir ihre Freundschaft und wir sind sehr stolz. Sie sind zum ersten Mal weltexklusiv in einer anderen Show als ihre eigene zu Gast. Macht einen riesengroßen, ehrenhaften, epischen Applaus für ... Jordan und Sammy! Ja! Für Jordan und Samy! Die Apparatur, die ihr am Arm habt, die würd's euch doch erklären, hat nämlich mit dem heutigen Spiel zu tun. Ihr seid Straftäter, trotzdem hier. Ausgang, genau, richtig. Wie geht's euch beiden? Noch ganz gut. Ich freu mich, heute hier zu sein. Wir sind große Fans von euch, hab euch eingeladen und sind total froh, dass ihr zugesagt habt. Uns gibt's immer montags, mittwochs und freitags, komplett ... Fastenlos! Auf, join! Immer 14 Tage ... Früher! Früher! Früher als auf YouTube! Yes! Wir blenden mal so euer Best-of ein, was ich so gemacht hab. Liebe Freunde, das ist das Best-of von Jordan und Sammy, damit ihr wisst, was unsere Gäste dazu machen. Puh! Oh nein! Oh nein! Hä? Ich küsst dich! Ah! 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 Ey, das fängt! Ich hoffe, meine Mutter hat das fängt! Ich hoffe, meine Mutter hat das fängt! Ich hoffe, meine Mutter hätte die Scheibe kaputt gemacht. Nein! Ich bin der Dutra! Nein! Hey! Twitch-Stars, ihr seid auf TikTok aktiv. Auf Instagram auch. Es streamt immer aus einem Studio heraus. Jetzt erzählt mal kurz, was ist das für ein Studio? Das ist einfach eine Bruchbude. Ihr habt bei Dennis gedreht. Nee, wirklich, das ist so ein Studio-Raum, so zweite Etage. Okay, aber ist das in einem Wohnkomplex drin oder ein einzelner Raum, der für sich irgendwo steht? Nee, das ist so ein Industriegebiet, aber wir haben einen Nachbar bekommen. Der macht auch manchmal gerne Party mit uns, ne? Ralf Richter an dieser Stelle, viele Lusten. Das ist schon lange unter Nachbar. Die Bude kannst du da nicht mal retten, ja? Ich geb dir einen, dann müssen wir umziehen. Okay, das ist wie so ein Container, den ihr selbst bestückt mit euren Pferden, teilweise mit irgendwelchen ... Panzer, Jetsky ... Ja, das ist ganz wichtig. Das ist sehr wichtig. Ihr seid ja bekannt für diese Ausrast-Streams tatsächlich, also ihr macht wirklich alles. Erzählt mal, was habt ihr bisher schon so gemacht? Ihr habt ja ganz viele wilde Aktionen schon hinter euch. Was haben wir gewählt? Das hab ich nicht gemacht, ne? Wenn ihr jetzt dran denkt, was sind eure Highlights? Wir hatten ein Pferd. Ein Panzer? Ein Jetsky im Pool, wir hatten ein Panzer. Traktor? Traktor. Ein Auto? Quad. Quad. Wir haben so viel gemacht. Wie kommt ihr auf die Ideen? Macht ihr das alleine? Nee, wir machen das alleine. Ein paar Jungs helfen natürlich manchmal mit, ne? Da kommt eh nur Scheiß raus. Wenn ihr uns mal zuhören wollt, wie wir planen, ne? Gibt's auch Sachen, wo ihr überlegt habt, das machen wir, aber ihr habt's dann doch nicht gemacht, weil das zu gefährlich gewesen wäre? Doch, doch, da gab's eine Sache. Gibt's nix. Heroin-Spritzen oder irgendwie so was? Nee, das ist so eine ... Wir haben so einen Chemie-Typ, den wir kennen. Der baut uns so ab und zu ein paar Sachen. Und der hat so ein 600-Gramm-Ding. Wenn das platzt, dann ... Meinst du zum Beispiel, wenn wir das jetzt hier zünden, ne? Ach so, so eine riesen Erzieherung. Das wollten wir machen, aber ich glaub, das ... Ich glaub, das ist wirklich lebensgefährlich, ne? Da flieh die auch mit weg, ja? Was ist, wenn einer von euch bei so einem Stream verstirbt? Macht der andere weiter? Ich glaub, wir streamen noch unseren Tod. Wir haben euch vor dem Dreh jeweils Einzelfragen gestellt. Und jetzt geht's darum, dass der jeweils andere errät, was der andere geantwortet hat. Kann ich was sagen? Du kannst was sagen, ja? Ich glaub, wir sind komplett unterschiedlich. Alles ist falsch. Warum? Wir sind doch Brüder, Junge. Als ob du was Richtiges sagst. Wenn ihr euch richtig einschätzt und beide Antworten dieselben sind, gibt's keinen Schlag. Wenn ihr euch unterscheidet und die falsche Antwort gebt, dann bewährt euch einen Stromschlag. Ja, kriegt er einen richtig strafft. Das ist ... Zuck, zuck! Freundschaft unter Strom! Ha, ha, ha! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Jordan, wir haben Sami gefragt, was sein größter Traum ist. Und nicht schummeln, was glaubst du, hat Sami geantwortet. Okay, ich frag dich erst mal eine Sache. Nee, doch nicht, was hat er geantwortet? Sein größter Traum fürs Leben. Der sagt bestimmt Gesundheit. Was? Gesundheit. Das ist die Lösung. Äh, keine Ahnung, Millionär zu werden? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Passt euch mal an die Hände. Ich glaub, wir lassen nicht mehr los, wir haben alles falsch. Ich sag Bescheid, wenn ich drücke. Okay. Ich sag Bescheid. Ey! Warte! Warte! Stopp! 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 Ey, das Team ist in dem's Gefahr. Sami, wir haben Jordan gefragt, welcher deutsche Twitch-Star den schlechtesten Content macht. Was glaubst du, hat Jordan geantwortet? Jordan und Sami. Okay, wir schauen mal rein. Jordan und Sami. Yes! Ey, fass mich nicht an, Jumme! Wir werden dieses Spiel auch in Zukunft, glaube ich, mit Max Schradin und Zabek spielen. Mal gucken, wie die dich schlagen demnächst. Und Annalena Baerbock und Rikarda Lang sind auch hier schon gewesen. Genau. Auf Stufe neun. Hey Leute, ich hab tierische Zahnschmerzen, geh aber mega Bock auf ein Kotelett. Könnt ich euch das panierte Teil vielleicht irgendwie mal vorbeibringen, dass ihr dem alten Knacker das vorkaut? Jordan, wir haben Sami gefragt, was er zuerst tun würde, wenn er einen Tag lang unsichtbar wäre. Was glaubst du, hat Sami geantwortet? Boah, bei denen kommt nur Scheiße aus dem Mund. Bei dir kommt nur Scheiße aus dem Mund. Das war was für, oder? Wenn du einen Tag unsichtbar wärst ... Ohoho! Was ist der ganz weiße? Wenn du einen Tag unsichtbar wärst ... Der würde auf jeden Fall irgendwo einbrechen. Einbrechen. Ja, einbrechen. Schau uns das an. Ich spreche aber in der Bank, Alter. Ohoho! Na klar, einbreches Einbrechen. Warum hältst du deinen Arm so? Damit der Strom nicht durchkriegt. Der ist durchschnittlich. Du drückst die Wehen zu, dass er ... Okay, okay. Wie lange seid ihr schon befreundet? Wie lange geht das mit euch beiden schon? Fünf Jahre? Ja, ungefähr. Wir haben Abitur angefangen und abgebrochen zusammen. Habt ihr Abitur durchgezogen? Nein, der abgebrochen, ja. Aber in welcher Klasse abgebrochen? Wirklich in der letzten ... Nee, also ... Der hat das nicht mein erstes Jahr geschafft? Aber ich hab noch ein Jahr länger geschafft. Boah, wie's krass, ne? Wart ihr beliebt in der Klasse? Wart ihr Klassenclowns? Wir waren fast nie da, glaub ich, ja. So, und dann habt ihr die Schule abgebrochen und dann habt ihr abgebrochen, weil ihr gesagt habt, ihr möchtet jetzt erst mal mit Twitch oder mit Stream grundsätzlich durchstarten. Das nimmt halt viel Zeit, wie wir alle sehen. Wir haben gesagt, entweder wir riskieren jetzt und setzen alles auf die Karte, weil Abitur war anstrengend in der Zeit. Es war Klausurenphase und ich hab gesagt, ey, ich kann das nicht, das ist mein Traum schon immer gewesen. Der hat's einfach nicht geschafft, deswegen hat er abgebrochen. Dann hab ich abgebrochen und der aber nicht. Und dann alleine war so komisch, dann hab ich den gezwungen, auch abzunehmen. Was sagt eure Familie dazu, dass ihr abgebrochen habt? Ich hab dir das erst mal nicht erzählt, ne, weil ich hatte Angst. Die haben's heute erfahren. Irgendwann hat mein Vater's erfahren, ja, da hat er mir gesagt, ich geb dir ein Jahr Zeit, entweder du Rockstar-Ding, oder du musst wieder in die Schule gehen. Zum Glück in einem Jahr hab ich das geschafft. Boah! Ich klatsch lieber nicht, ja. Sammy, wir haben Jordan gefragt, was seine Lieblingsstellung ist. Was glaubst du, hat Jordan geantwortet? Hm, Doggy? Okay, wir checken. Der Fallrückzieher. Ah! Ich glaub, ich hab das falsch verstanden, die Frage, oder? Tja, Pech, hintereinander. Nee, nee, ich hab's falsch verstanden. Was sagst du, Fußballspiel, was hat das damit zu tun? Stellung beim Fußballjungen. Der Fallrückzieher? Hey, Jungs. Ähm, Jordan hat mich gebeten, euch Folgendes auszurichten. Ähm, macht mal mehr mit Felix Lobrecht. Oder setzt nur noch ihn hierhin. Danke. Okay, ich halt deine... Ah! Oh, warum hab ich die festgehalten? Hallo. Hallo. Oh, mein Gott. Boah, ich krieg den Kraft in meinen Arm, glaub ich. Bitte mach mal den Nächsten richtig, Junge, ja? Deine Antworten sind dumm. Du bist so dumm, Junge. Aber das ist nicht gesundheitsschädlich, oder? Nein, das bringt den Organismus wieder richtig drauf. Wie so ein Kiki-Lavier. Wir haben Samy gefragt, was er für Geld niemals tun würde. Was hat Samy geantwortet? Oh mein Gott, ich will nicht schon mal dieses kriegen, ja, ich bin weg. Was wird er für Geld niemals tun? Der wird sich niemals... Der wird so sagen, ich würd mich nicht ausziehen. Okay, ausziehen! Nein! Würde mich niemals viel Geld verkaufen? Ah! Gebt euch schön die Hand, falsche Antwort. Oh mein, mir geht grad die Gierenzellen weg. Okay, komm mal. Drei, zwei. Zwei. Oh! Hör auf damit! Der will nicht schlagen! Oh mein Gott, ja! Ey, das ist alles, äh, wirklich. Das ist crazy, das Schlimmer ist unser Ding, ja? Aber schreib mal, was geht einem vor, wenn man das hier rein... Das vibriert nicht, das geht in mein Kopf. Kann man theoretisch das noch höher machen? Ja, klar. Nein, wir sterben doch, Junge. Ey, ich wollt nur fragen. Ich wollt nur fragen. Boah, deine Fragen sind auch dumm. Die höchste Stufe, wenn du ein Dings-Bayern-Fan bist. Ja, dann krab ich gleich Herzinfarkt, Bruder. Das ist keine Eier, ne? Mach das mal so beim Thema. Nein, okay, nein! Ey, bitte nicht, bitte. Gib euch mal kurz die Hand, ich will nur was testen. Ah! Oh mein Gott, das machst du nicht! Das machst du nicht! Das ist sauber, Alter, nee, nee, nee. Komm, gib mir die an! Nein, Bruder, das ist gekennst. Mach das runter, ich krieg Lebensangst. Okay, ein, drei, zwei, eins! Ah! Ey, das ist zu viel, ich schwöre doch zu viel. Ich schwöre doch zu viel. Ah, das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Jordan, wir haben Sammy gefragt, welche Körperstelle er sich am gründlichsten wäscht. Was hat Sammy geantwortet? Welche Körperstelle wäscht er sich am gründlichsten? Seine Ohren. Ohren, sag du mal was Richtiges, Junge. Seine Ohren, du machst mal Ohren. Die immer trickigste, du machst immer so. So, wir gucken uns an. Unten? Und? Was hat der gesagt? Eigentlich schon, oder? Die Eier, oder so. Ja, ja. Eier, den Hoden-Sack. So, Ende! Haben wir das runtergestellt? Hab ich runter, ja. Ich spül meine Hand nicht mehr, glaub ich. Kann ich dir vertrauen? Vertrau mir, ich hab wirklich runtergestellt. Ich schwitze schon. Mach einfach, bitte. Lass uns das hinter sich, bitte. Hey, chill, bitte, chill! Okay, chill, chill. Ich scheeb ab, nichts hält mich am Ball. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ihhihihihi. Aaiihihihi. Ich spiel an ihm, ey, gut. Das war's mit ... Oh, 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 oh ... Tja! Ah, da gibt's ... Okay, die letzte Frage, und da würd ich vielleicht vorschlagen, dass wir uns alle mal an den Händen halten, Wie geht denn der Schock durch uns vier? Ja, eigentlich schon, ne? Wir müssen erst mal gucken, ich beantworte sie ja richtig. Wenn ihr falsch beantwortet, schließen wir uns auch an. Wir haben Jordan gefragt, wovor er am meisten Angst hat. Was glaubst du, hat Jordan geantwortet. Wovor hat er am meisten Angst? Hey, 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 bleib mal locker. Seht ihr nicht, dass euer Gast sich unwohl fühlt? Der hat was Dummes geantwortet, aber so ... tot? Tot? Komm mal rein. Hunde, Hunde, Hunde. Hunde! Hunde, Hunde, Brüller! Bruder, du weißt, wie Angst ich verholt habe? Okay, müssen wir einen Kreis bilden? Ja, wir müssen hinter die Couch kommen. Oh mein Gott, ey, wir kriegen ja schien. Alter, ich hab ... Drei ... Yes! Ich hab ... Ah! Ah! Okay, es war Ende jetzt, es ist Ende. Jetzt reicht's. Jetzt ist es Ende. Setz euch hin, wir machen nichts mehr. Kann man es abmachen oder kommt noch eine Frage? Das war Zuck Zuck, Freundschaft unter Strom! Mit Jordan und Sammy! Ich würd sagen, ihr habt sich auch viele Fragen richtig beantwortet. Ich würd sagen, eure Freundschaft hat den Test bestanden, würd ich sagen. Uns gibt's immer Montags, Mittwochs und Freitags komplett ... Kostenlos! Auf Join und die beiden, die ihr könnt's hier einfach mal googeln. Auf Twitch, Instagram, TikTok, überall sind sie zu finden. Auf WorldJot Wiedersehen und ... Foundations-S登 ... ... ... ... ... Vielen Dank.